Das macht mir echt Sorgen, dass das Viech da liegt. 3A und ein Handabdruck. Muss ich das hier einstellen? Lara. Dann haben wir William. Also der dritte wäre ja der hier. Theoretisch. Sean. Hier steht nichts drauf. Tamara. Vielleicht eine, die... Tamara, die hat 3A's im Namen. Aha. Will ich das auch machen? Natürlich nicht. Was frage ich eigentlich so doof? Schlüssel zum Zerlegungsraum. Wie kam ich da jetzt nochmal am schnellsten hin? Okay. Hier, ne? Ja. Fuck. Ich hab nicht mehr viel Muni. Und jetzt geht's ja erst richtig los. Das ist das Problem. Welches ist es? Mach auf! Schneller! Mann! Schrotflinten-Munni. Oh, schön, dass die Tür wieder zugegangen ist. Huh! Ähm. Das gefällt mir nicht, dass die Tür hier offen steht. Armer Deputé. Ja. Ich würd mal... Danke. Wacht der jetzt auf? Scheiße. Boah, leck mich am Arsch. Nimm raus. Du schon wieder. Du kommst hier nicht raus! Du auch nicht. Au. Haha. Ah, du Opfer. Komm her. Komm rüber. Ich schätze mal, ich brauche die scheiß Kettensäge. Habe ich bereits gemerkt. Okay. Wie komme ich an die Kettensäge ran? Scheiße, daneben. Er macht mir irgendwie keine Angst mehr so richtig. Au. Au. Wissen tue ich das schon, aber... ...ich hilft leider nicht. Was? Hä? Hä? Nein, das ist überhaupt nicht Groovy. Das Ding sieht richtig brutal aus. Ja. Butter, Junge. Jetzt geht's los. Party. Okay. Ja. 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 Komm Kettensägen. Massaka Teil 23. Ich muss ihn damit gar nicht bekämpfen, oder? Ich muss da durch die Tür durch. Ja, der hellste bist du mir nicht, sagen wir es mal so. Komm doch rum, ich will da in die Tür, du Opfer. Au. Oh, lol. Stoßangriff. Kann ich das nicht aufsägen damit? Stoßangriff. Aua. Ja, ich brauch das Ding wahrscheinlich, ne? Warum, wie soll ich ihn denn besiegen jetzt? Ich brauch doch seine Säge, oder nicht? Ah. Ne, damit nicht. Besser nicht, mein Freund. Die muss ja schon stumpf sein, wie sonst was. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Also, wenn das kein schweres Werkzeug ist, was ich hier habe, dann weiß ich auch nicht. Wollt! Oh, darfst! Nie! 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 Bestens Es wird immer besser hier Oh fuck Nein, falscher Knopf Ah Mach doch an Was muss ich tun? Ja, helft mal Ich hab keine Medizin mehr, scheiße Ich bin gleich tot Ja, schweres Werkzeug Nur welches Hier ist ja nichts mehr Der hat ja alles abgesägt Ach, komm her, na los Aua Ich will da nur die Säge prüfen haben Hilfe Ekelhaft Das hättest du nicht Eine Sekunde vorher machen können Ich muss den erster zum Match verarbeiten Ich hab's doch 30 Mal versucht Da nochmal rein zu sägen Ja, man� Ja, natürlich Untertitelung des ZDF, 2020